Die Welt bezieht sich nicht auf dich, aber du bist in der Welt. Was meine ich mit diesem Ausspruch? Die Welt bezieht sich nicht auf dich, aber du bist in der Welt. Einerseits lebst du in der Welt und du hast natürlich Bezüge zur Welt und all das. Andererseits ist es oft so in unserem Leben, dass wir viele, viele Dinge auf uns immer wieder ganz persönlich beziehen. Wir sind ungehalten, weil das Wetter schlecht ist. Und das Wetter kann sehr unterschiedlich schlecht sein. Es kann sehr schlecht sein, wenn die Sonne scheint, obwohl der berühmte Sonnenschein so berühmt ist dafür, dass er eben ja etwas Gutes verheißt. Der muss ja nicht immer etwas Gutes verheißen. Umgekehrt ist es genauso mit dem Regen. Der Regen hat viel Gutes, der Regen hat viel Schlechtes. Es gibt Klischees und alle Möglichkeiten. Aber das Wetter ist das Wetter, so wie das Wetter ist, egal wo, ob auf der Südhalbkugel oder der Nordhalbkugel. Aber du beziehst es nicht auf dich. Und viele Menschen beziehen das Wetter immer wieder auf sich und sagen dann, Oh, mir geht es so schlecht, ich habe Migräne, weil ein Wetterwechsel ist. Weil da kommt wieder ein Tiefdruck oder es kommt ein Hochdruck. Und all diese Reden und all diese Aussprüche und all diese, wie wir es nennen, der Psychotherapie, der Psychologie, diese Attribuierungen, die wir als Menschen machen. Immer wieder und wieder. Wir beziehen die Dinge auf uns. Und das Wetter ist ein schönes Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, Menschen sind da in deinem Leben. Natürlich hast du mit diesen Menschen zu tun, egal ob am Arbeitsplatz oder im privaten Leben, egal ob im Bekanntenkreis oder Freundeskreis, egal ob in der Familie und so weiter. Und in diesem Miteinander, in diesen Interaktionen erleben wir natürlich immer wieder zahllose, zahlreiche Menschen, die in Bezug auf uns sind. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass sie in Bezug auf uns sind, dass sie auf uns reagieren und dass sie uns etwa nicht ignorieren und uns dann irgendwo, wir uns seltsam vorkommen, weil diese vielleicht so tun, als ob wir gar nicht da wären. Das ist es ja nicht. Es ist ja schon ein direkter Bezug, den wir haben. Aber das meiste, was andere Menschen in Bezug auf dich tun, meinen sie eigentlich gar nicht in Bezug auf dich. Denn du bist einfach mehr oder minder zufällig da. Es hätte auch jemand anders sein können. Und dann hast du dich vielleicht zu wichtig genommen, gedacht, oh, der meint das aber nur zu mir, der würde das nur zu mir sagen. Und ich bin vollkommen wichtig und das geht mich was an und ich muss mich damit auseinandersetzen und ich muss diesen Menschen retten oder muss ihm einen guten Ratschlag geben und all diese Sachen. Das heißt, wir beziehen die Dinge viel zu sehr auf uns selbst. Und damit haben wir einen großen Teil unseres Tagesgeschehens zu tun, dies zu verarbeiten und zu sagen, naja, wie habe ich denn wieder auf den oder auf die gewirkt? War das gut? Muss ich noch besser werden? Was muss ich korrigieren? Wo muss ich kritischer werden? Und all das. Und wir beziehen es immer und in aller Ewigkeit immer wieder auf uns. Und damit tragen wir eine relativ große Last und eine große Bürde im Leben. Weil wir uns einfach zu wichtig nehmen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich kein Bezugspartner wäre, also dass ich ein Neutrum wäre, dass das nicht auf sich beziehen sollte. Es geht sehr wohl um den tatsächlichen Bezug, um den mitfühlenden Bezug. Das Mitfühlen ist etwas sehr Wichtiges. Ich fühle diesen Menschen. Ich gehe da irgendwo in eine Resonanz. Ich gehe da irgendwo auch in eine Spiegelung von mir aus. Da passiert etwas mit mir. Aber Achtung, es bleibt nicht in mir stecken. Und es wird nicht zu meiner Angelegenheit, die Angelegenheit der anderen Menschen, wie auch immer sie aussehen, ob es glücklich ist oder unglücklich oder gestört oder Gott weiß was von der Absicht, sondern es fließt durch mich durch. Und erst dann werde ich wirklich frei von all dem. Erst dann werde ich wirklich frei von dieser Last, von dieser vielleicht auch Erwartung des Gegenübers oder vor allem von meiner eigenen Erwartung. Meine eigenen Erwartung, jetzt die richtige Antwort, die richtige Reaktion auf etwas oder jemanden zu finden. Das heißt, in dem Sinne bezieht sich die Welt wirklich nicht auf mich, auf dich, sondern du kannst sie so stehen lassen. Die Welt würde auch ohne dich weitergehen. Und du bist in dem Sinne tatsächlich vollkommen unwichtig, weil alle beliebigen Menschen ähnlich sind wie du, weil wir alle Menschen sind und weil wir da auch gemeinsam etwas teilen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, bist du in der Welt. Das heißt, du nimmst die Welt wahr. Du beobachtest die Welt. Du siehst die Welt. Du spürst die Welt. Du tust etwas in der Welt. Du entscheidest dich, dieses oder jenes zu tun, da und dorthin zu reisen, und das und jenes im Beruf zu machen und so weiter und so weiter. Das heißt, in dem Sinne steht dir die Welt, ich sag's mal so, zur Verfügung. Tatsächlich zur Verfügung. Sie ist da. Sie ist für dich da. Sie ist für dich geschaffen worden, diese Welt. Und du darfst daran teilnehmen, an dieser Welt. Aber eben in dem Gewahrsein, dass sich die Welt nicht allein auf dich bezieht und nur durch dich läuft oder durch dich erlöst wird oder du eine Antwort finden musst oder die Arbeit für andere Menschen machen musst oder der Kummerkasten für andere bist und so weiter und so weiter. Und ich denke, wenn man diese Lebenshaltung, diese kleine Lebenshaltung für sich gewinnen kann und sagt so, die Welt bezieht sich nicht auf mich allein und ich bin dann in der Reaktion meines, sagen wir ruhig mal, Egos, also meines Egozentrischen, meiner Persona, weil es ist ja so wie eine Sackgasse, wenn ich das nicht durchlasse und es immer wieder oberpersönlich nehmen würde, hätte ich schlechte Karten, würde ich einen Burnout kriegen und so weiter. Und dieses Problem haben natürlich viele Menschen, sondern durchlässig bin. Genauso wie die Welt auf der anderen Seite für mich durchlässig ist. Das heißt, wenn ich zur Welt gehe und in der Welt bin, dann ist es ja wirklich das buchstäbliche Miteinander und nicht nur eben auf eine Person fixierte, sondern dann durchdringt sich da etwas. Ich durchdringe die Welt, indem ich in die Welt hineingehe und umgekehrt. Die Welt durchdringt mich, aber sie bleibt nicht in mir stecken. Und ich bleibe nicht in der Welt oder in den Gegenständen oder den Menschen der Welt oder in den Beziehungspartnern, Bezugspartnern und so weiter stecken, sondern da erweitert sich etwas. Das ist die Botschaft, die ich meine. Also da ist ein großer gemeinsamer Fluss, der sich gemeinsam trägt, der sich auch gemeinsam reguliert, der gemeinsam mit den Dingen ist, die alle Anteil haben, egal ob das Blume, Bach, Baum, Wald, Landschaft, Kultur ist oder eben andere Menschen, Männer, Frauen, Kinder, ältere Menschen und so weiter. Es ist alles ein großes Miteinander. Und wenn man das mal entdecken kann oder sich wagt zu entdecken, dann kannst du merken, dass die Welt sich nicht auf dich bezieht. Natürlich bist du auch gemeint, keine Frage, aber wenn du gemeint bist, dann bedeutet es immer, dass auch alle anderen gemeint sind und dass alles andere gewollt ist gleichzeitig. Und ich glaube, ein großes Problem, das Menschen immer wieder haben, ist eben das starke, egozentrische, isolierte Dasein bis hin zum absoluten Narzissmus, bis dahingehend, dass man alles an sich reißt, dass man die Herrscherin ist, dass man der Herrscher ist für alles, was in der Welt ist, der Kulminationspunkt. Und dann wird man vielleicht zum Erlöser oder was auch immer oder vielleicht zur einseitigen Guru-Gestalt, die so wichtig ist für alle Menschen, weil nur durch diesen Guru läuft dann alles. Ich sage jetzt betont Guru oder durch diese Gestalt, durch diesen Geschäftsmann, durch diesen Politiker, durch diesen Präsidenten und so weiter. Aber es ist nicht wirklich so, sondern es ist ein ganz starkes Miteinander, ein Umeinander. Es ist ein wirklich buchstäbliches Durchdringen der Dinge. Und dadurch relativieren sich viele Probleme und Konflikte. Und dadurch sind nicht Menschen oder Institutionen oder Regierungen verantwortlich für etwas oder allein verantwortlich. Dadurch gibt es überhaupt keinen einzigen, der verantwortlich für etwas ist, weil alle sind stets beteiligt. Und alle wirken durch die jeweiligen Umstände stets mit. Und insofern ist es tatsächlich so, dass sich die Welt nicht alleine auf dich bezieht, aber du gleichzeitig in der Welt bist. Und dass ein unendliches Pingpong und ein unendlicher Dialog ist, ein unendliches Geben und Nehmen ist, ein unendliches, ein, ja, wirklich ein unendliches, ständiges, fließendes Miteinander ist in dem Sinne. Wenn man mal versucht, diese Sichtweise zu bekommen, dann wird das Leben irgendwo leichter. Dann reagiere ich nicht sofort. Dann lasse ich auch etwas stehen. Oder ich reagiere, aber ganz bewusst. Wissend, dass ich jetzt den Moment meiner Reaktion habe und auch haben darf und in dem Sinne tatsächlich eine Antwort gebe auf das, aber im nächsten Moment lasse ich es wieder los. Und das alles hat ja zu tun tatsächlich mit diesem Loslassen, immer wieder Loslassen. Einerseits sind wir engagiert, wir sind leidenschaftlich, wir sind wirklich an einer Sache interessiert, wir sind dran, wir meinen den Menschen, wir sind intim und all diese Dinge, wir sind stark berührt. Aber im nächsten Augenblick muss das tatsächlich loslassen, dass es seine Wirkung weiter entfalten kann. Das käme zum Beispiel auch durch aus einer quantenphysikalischen Anschauung am nächsten, die er sagt, es gibt keinen Atomkern an sich, es gibt keine Materie, keine feste Materie an sich, sondern es gibt eigentlich nur ein Durchdringen und Umeinander tanzen und all das, also in dem Sinne von, es ist alles stets in der Vibration und es ist stets irgendwo in einer Wellenformation in dem Sinne und das machen wir nicht paranoiahaft oder gar psychotisch, sondern es ist wirklich so, dass diese Dinge frei sind und dass in dieser starken Freiheit, in dieser starken Fluktuation nichts, aber auch wirklich gar nichts festgehalten werden muss oder auf sich bezogen werden muss, sondern ewig wirksam ist und das könnte wirklich eine interessante Perspektive in deinem Leben werden.